Eine Panikattacke ist eine schreckliche Erfahrung. Die körperlichen Symptome sind so stark, dass die Menschen, die sie erleiden, glauben, dass sie sterben werden. Ihr Körper reagiert, als ob er zum Beispiel einen Herzinfarkt hätte oder einen Schlaganfall hätte. Dies ist ein Problem, von der 8 Millionen Menschen in Europa betroffen sind. Die gute Nachricht ist, dass sie überwinden können. Vor einer psychologischen Behandlung sollte der Betroffene zu seinem Hausarzt gehen und überprüfen, dass er oder sie keine Krankheit hat. Die Meinung eines Ärzters, der bestätigt, dass sie keine Krankheit haben, hilft, ihr Angstniveau zu senken und verringert die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Anfällen. Nach den ärztlichen Guttagen beginnt die psychologische Behandlung. Der erste Teil meiner Arbeit ist es, die verzerrten, negativen Gedanken zu erkennen und den Patienten bewusst zu machen, dass es keine wirklichen Bedrohungen sind. Der zweite Teil ist es, die betroffenen Menschen die Berge an die Hand zu geben und auf einen Angstanfall reagieren zu können. Der dritte Teil ist, die Menschen dazu zu bringen, sich ihre Ängsten zu stellen. Und der vierte und letzte Teil ist sehr einfach. Vermeiden Sie chemische Anreger, Kaffee, Alkohol und natürliche Drogen. In dem Link schreibe ich noch mehr Informationen über Symptome und Ursachen über Panikattacke. Wenn Sie vier Symptome gehabt haben, vielleicht haben Sie das erleidet. Sie können mehr Videos in meiner Website sehen.